Ja, einiges los an der Börse und im Fokus stehen mal wieder die US-Tech-Werte, die in der letzten Woche deutliche Verluste hinnehmen mussten aus verschiedenen Gründen, unter anderem eskalierende Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, aber auch schwache Wirtschaftsdaten kamen obendrauf und zum Schluss nochmal durchwachsene Quartalsberichte führten zu einem Rückzug aus diesen Risikoanlagen, aber Small und Mid-Caps konnten weiter profitieren und als wäre das noch nicht genug, obendrauf befeuern Gerüchte über einen möglichen Rückzug des US-Präsidenten, der krank sein soll aus dem Wahlkampf, die Gerüchteküche und damit eben auch die Börse. Ja, neben den Ängsten um sich verschärfende Handelsbeziehungen im Chip-Sektor kamen natürlich auch dazu noch die Ängste um Cyber Security, CrowdStrike stand da im Fokus, aber eins nach dem anderen. Wir schauen uns die verschiedenen Aspekte nun mal der Reihe nach an und werden uns die verschiedenen Neuigkeiten in diesem Kontext einordnen und das machen wir nicht der Analyse wegen, sondern wir wollen natürlich konkret auf unsere Vermögenspyramide einwirken und entsprechende Risikoumschichtungen auch bei uns machen. Ja und ich habe dazu diese Tabelle hier angefertigt und die werden wir nun schrittweise in der kompletten Analyse in allen Punkten durchgehen und ich will erstmal einen Überblick machen. Also grundsätzlich im Aktienmarkt hat sich erst einmal in der Grundausrichtung von Wochenchart und Tageschart nicht viel verändert, auch wenn es in der letzten Woche heiß herging, aber ich habe es im Kommentar schon reingeschrieben, fallende Dynamik in den Märkten, das Sommerloch kommt ebenfalls näher. Und der Markt macht nicht nur ein nervöses Verhalten, der zeigt sich ganz deutlich in einer nervösen Situation, das kann zu schnellen Umschwüngen führen und das werden wir uns dann genauer anschauen. Und dazu habe ich hier eine Übersicht mal gemacht, wo wir uns einen ersten Eindruck verschaffen, was in der letzten Woche los war. Wir beginnen mit dem S&P 500 im Wochenchart und die letzte Woche negierte die komplette Vorwoche eine starke negative Kerze. Das war man im S&P 500 so in der Art noch nicht gewohnt in den letzten Wochen und Monaten. Ihr seht die letzte Korrektur mit dem roten Pfeil und heiß gekennzeichnet, eine ähnliche Situation könnte sich jetzt hier eben zuspitzen. Und dasselbe, das gilt für den europäischen, in dem Fall für den DAX, den deutschen Bereich. Hier hat sich ja ein Ausbruch zur Oberseite in der letzten Woche angedeutet. Dieser wurde weder bestätigt, er ist sofort wie ein Stein zurückgefallen. Und das werden wir uns dann heute sehr, sehr genau anschauen, denn es gibt auch einige kritische Aktien im DAX, die es lohnt, jetzt genauer im Auge zu behalten. Und ja, dann haben wir noch die Technologiesparte. Der Quotient zwischen den Technologieaktien und dem S&P 500 war ja in der letzten Woche noch auf Rekord hoch. Also Tech gefragt, wurde aber stark abverkauft, zugunsten, wie gesagt, der Russell-Werte, Small Caps und Mid Caps. Aber auch hier ganz deutlich zu erkennen, wie im S&P 500, der Index ist unter Verkaufsdruck. Und wir werden mal genauer hinschauen, wo denn eigentlich Auffangbereiche sind. Denn solche Kerzen, wie wir hier sehen, sind meistens ein Initial für eine Korrektur, eine Konsolidierung, wenn es eben leicht läuft oder vielleicht sogar für mehr. Das wollen wir auf jeden Fall mal untersuchen. Und das Erste, was ich da gemacht habe, ist, ich schaue mir natürlich nicht nur den Zins an, sondern wie wird das an den Zinsmärkten gehandelt. Denn das ist für mich der erste Punkt, den ich mir anschaue, wenn ich einen Crash oder eine extreme Bewegung erwarte. Und für alle diejenigen, die das nicht regelmäßig anschauen, hier seht ihr erst einmal den Zinsvergleich der Eurozone und den USA. Also die stark angestiegenen Zinsen, das ist nicht das Problem. Das Problem ist folgendes, die kommende Zinserwartung ist, naja, der Zins soll auf dem jetzigen Niveau belassen werden. Das ist eine 96-prozentige Chance, dass eben nichts passiert. Und das Problem daran ist, naja, viele rechnen eben auch mit einer Senkung. Das könnte den Druck erhöhen. Und ich schaue mir dann ganz gerne die Volatilitäten am US-Staatsanleihenmarkt an und kann hier keine Eskalation erkennen. Es ist keine echte Entwarnung, aber man sieht hier auch tatsächlich keine rote Warnleuchte aufblinken. Also die Volatilitäten sind nicht massiv angesprungen. Das kann natürlich noch kommen, da werden wir darauf achten. Aber Standfreitagabend war das nicht der Fall. Und deswegen gehen wir ganz entspannt an diese Situation ran und werden entsprechend unsere Umschichtungen machen. Und in den Einschätzungen läuft es ja wie erwartet. Und ich will als Beispiel, und die werden wir uns ja dann in der kommenden Woche im Montagswebinar nochmal genauer anschauen, verschiedene Branchen und Sektoren mal herausgreifen. Beginnen wir mal mit den US-Regionalbanken. Auf die schaue ich seit ein paar Jahren mittlerweile, um eben ein mögliches Problem, das unter der Decke sozusagen schwelt, zu erkennen. Und hier sehen wir, der Ausbruch, der ja im DAX nicht gelungen ist, ist hier durchaus in der letzten Woche nicht nur bestätigt worden, sondern mit einem Gap-Up sogar ein sehr positives Szenario gestartet worden. Das entspannt, also Richtung Finanzkrise scheint da erst einmal sich nichts anzudeuten. Allen voran wurden aber die Chip-Sektor-Aktien verkauft. Hier ist es so, ASML hat es besonders hart getroffen. Die beiden Regierungen könnte mit dem Foreign Direct Product Rule die Handelsbesprengungen gegenüber China verschärfen. Und damit Unternehmen wie ASML, die ja hier in Europa, in den Niederlanden produzieren, stark treffen, weil das eben den Zugang da der modernen Technologie nach China beeinträchtigen könnte. Und ASML generiert, ich glaube, fast die Hälfte seiner Umsätze in China. Und das hat die Aktie stark nach unten gezogen, aber in einer Sogwirkung eben auch die anderen Chip-Aktien mit nach unten gerissen. Und hier seht ihr mal den Semiconductor ETF, in dem Fall von iShare. Und hier sehen wir auch mal wieder eine starke Verkaufskerze. Beim letzten Mal, ich zeige euch das mal mit dem Pfeil hier, wurde das gekontert durch starke Käufe. Buy the Dip wird das genannt. Also immer dann, wenn ein Index zurückläuft, kommen sofort die Trendfolger und kaufen das nach oben. Das werden wir jetzt beobachten. Wenn das nicht einsetzt, kann eine solche Situation tatsächlich auch eine Korrektur, also ein normales Verhalten initiieren. Damit rechne ich aktuell tatsächlich. Und ob das dann einen allgemeinen Trend bricht oder nicht, das werden wir natürlich genau im Auge behalten. Wir werden hier in der Topping-Phase tatsächlich genauer darauf achten müssen, ob Trendfolger hier in dem Bereich wieder, ich sage mal, die Trends aufrechterhalten oder ob das Ganze hier abverkauft wird. Also ein spannendes Indiz, wie es weitergehen wird. Unsere Einschätzung haben wir ja schon vor ein paar Wochen in den Videos genau zu dem Thema hier auch bekannt gegeben. Ja, der nächste Bereich, den ich mir mit euch mal genauer anschauen möchte, das sind die Transportwerte. Die hat nämlich auch jubiliert. Die sind richtig stark in der Woche nach oben gelaufen, um in der direkten Folge sofort wieder abverkauft zu werden. Damit ist noch kein Schaden passiert, aber zumindest schon mal ein positiver Effekt abverkauft worden. Heißes Spiel geht also weiter. Und ich denke, das Tauziehen zwischen Bullen und Bären zwischen diesen beiden Ranges ist einfach noch nicht abgeschlossen. Die Bullen hatten sozusagen das Heft in der Hand, mussten es aber zumindestens temporär wieder abgeben. Was darf nicht passieren? Dieser Bereich darf nicht unterschritten werden. Das wiederum wäre ein sehr negatives Zeichen. Und dann zwitschen wir mal nach Europa. Da gibt es nämlich negative Zeichen. Hatten wir auch schon mehrfach in unseren Webinaren oder in den verschiedenen Analysen angesprochen. In dem Fall aus dem Eurostock 600. Die Automobile und deren Zulieferer in der letzten Woche mit einer massiven Verkaufskerze. Das sieht nicht gut aus. Und im Prinzip sind hier tatsächlich auch interessante Short-Kandidaten für das kommende Sommerloch zu erwarten. Ja und genau das möchte ich mit euch dann im Montagswebinar mal genauer beleuchten. Welche Kandidaten bieten sich da an? Welche nicht? Wo kann man auf der Long-Seite jetzt einsammeln? Wo kann man auf der Short-Seite vielleicht sich parat legen oder den einen oder anderen Trade machen? Genau das werden wir im Montagswebinar ab 18 Uhr zusammen mal beleuchten. Ja kommen wir aber zuvor noch mal zu einem Thema, das ich gerade eben schon angesprochen hatte. Das sind die Small und die Mid-Caps. Die konnten nämlich von der Schwäche im Technologiebereich profitieren. Und eine solche Out-Performance gab es in den letzten Jahren als Vorwarnung häufiger. Wir haben uns die verschiedenen Situationen mal genauer angeschaut. Das war in den Jahren 2008 im November, also vor der Finanzkrise, im November 2016 und auch im April 2020. Wo das Umschichten eben in diese Small- und Mid-Caps durchaus eine anhaltende Out-Performance in dem Bereich signalisierte. Und damit eben die Tech-Werte nicht mehr zu den klassischen Out-Performern gehörten. Ob das so einsetzt? Es ist im Prinzip aktuell ein Pflänzchen, das wächst. Eine Möglichkeit, die sich hier anzeigt. Aber die Rahmenbedingungen stimmen mit den damaligen Gegebenheiten zumindest noch nicht überein. Deswegen, wir haben das für euch im Auge. Und in den Screenern kann man das auch ganz gut sehen. Hier erst einmal die Übersicht der internationalen und nationalen Indizes weltweit. Mal sortiert nach einem Jahr. Im oberen Bereich die starken. Da seht ihr die Nasdaq, den Nasdaq Composite, Nikkei, aber eben auch den S&P 500. Und unten die schwachen Werte, allen voran der schwächste Index der MDAX. Der französische Index und auch die Russen. Und hier habe ich euch mal gekennzeichnet. Und zwar auch mit den Wertungen aus dem kurzfristigen Bereich. Die Nasdaq, Nasdaq Composite mit 4,7%. Das ist sehr, sehr schwach gegenüber dem starken Wert, den es noch auf Jahresbasis gibt. Und den Russell, der ja im Prinzip die Leiter schon seit längerem hochklettert und mit 100% eben ein ganz, ganz deutliches Zeichen zeigt. Und das hatten wir in der letzten Analyse ja schon besprochen. Und das wird bestätigt, dieses Muster. Und hier seht ihr das Ganze nochmal sortiert nach 65 Tagen. Da ist der Russell mittlerweile auch auf Platz 1. Dahinter noch die Nasdaq als Composite. Aber ihr seht, in den letzten Tagen hat sich da einiges getan. Während der Russell stark geblieben ist, sind die Nasdaq oder Nasdaq Composite-Werte abgefallen. Was aufholen konnte, ist der Dow Jones Industrial. Den werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Das ist ja dieser Impuls, den ich im Kommentar geschrieben hatte. Und insgesamt können wir folgendes sehen. Gerade im Bereich Eurostox und Nasdaq auffällende Schwierigkeiten. Während Russell 2000, Dow Jones Industrial und auch der Transportindex zumindestens hier, ihr habt ihn ja gerade gesehen, stark hoch, aber auch wieder zurückgekommen. In der Rechnung noch positiv gewesen. Einiges los in den Aktienmärkten. Ja und ich denke, das wird auch so bleiben. Deswegen enden wir hier mit den Earnings, die jetzt in der kommenden Woche auf uns zukommen. Wir sind ja in vielen Bereichen long positioniert. Und in der kommenden Woche kommt eine Vielzahl von Quartalsberichten. Ob das eine SAP, eine Visa, eine Alphabet oder eine SIA zum Schluss ist. Wir haben eine riesige Liste von Aktien, die auf uns zukommen. Hier ist vielleicht so als kleiner Tipp für diejenigen, die unsere Analysen oder vielleicht unser Trading neu verfolgen. Hochwertige Unternehmen, die halten wir gerne im Vorfeld der Quartalszahlen, weil wir rechnen mit positiven Ergebnissen. Klar, wir werden ab und zu durch negative Ausblicke etwas zurückgeworfen. Aber in der Summe kann man damit gutes Geld verdienen und negative oder schwache Werte, fundamental schlecht aufgestellte Werte, sollte man nicht vor den Quartalszahlen halten. Da sollte man lieber in Deckung gehen und etwas vorsichtiger agieren. Mit dieser Grundeinrichtung oder Grundeinstellung sind wir in den letzten Jahren sehr, sehr gut gefahren. Und das werden wir auch in dieser kommenden starken Woche weiterhin so halten. Die letzten 10 Tage im Juli markieren ja traditionell den Höhepunkt der Berichtssaison. Und da gibt es in der Regel nochmal ein starkes Aufbäumen. Das wollen wir nochmal zu unseren Gunsten nutzen. Und dann werden wir die Tendenzen, die wir gleich untersuchen, umschichten. Und dann werden wir die Tendenzen, die wir gleich untersuchen, umschichten.